Achtung, Achtung, da spricht der Bundespräsident von Österreich, also ich. Ich möchte Ihnen jetzt etwas an das Herz legen, ja, und zwar eine Schallplatte oder auch eine CD. Da bin ich nicht so genau, das ist mir relativ falsch. Auf jeden Fall ein Tonträger, ja, von einer Gruppe namens H-H-Noi oder H-Noi, aber mit Doppelhang geschrieben vorne. Das heißt, H-H-Noi, sage ich. Das ist eine Musik, die mir persönlich sehr gut gefällt, ja. Es ist so eine Mischung aus vielem, nämlich eigentlich ein bisschen Vater, aber im positiven Sinne, so wie ich, ja. Es ist so ein bisschen gerade rockig, ja, teilweise. Also es ist akustisch, es ist elektrisch. Dazwischen höre ich auch immer wieder mal den Einfluss von Nirvana heraus oder auch von dem Herrn Nilyang. Das ist aber kein Younger, aber das ist schon ein älterer, so wie ich, ja. Und ich höre mir das sehr gut an. Die Herren Hans Hauser und auch Lukas Geiler haben die Plotte gemeinsam gemacht, ja. Heraus kommen wird's Anfang Oktober auf Seriously Records. Und Serious Empfehlung von mir kaufen, sehen Sie noch das auf vierten Fall des H-Noi.